So, jetzt ist Galle dran. Wird schöne, wie er fährt? Wollen sie denn heute noch kommen? Mir wird langweilig. Jetzt packt er sich. Schall. Oh Gott, ey, wie der färbt, ist ja schlimm. So, jetzt muss Galle noch einmal füllen. Jetzt ist der Galle noch einmal füllen. Übrigens, das ist eine Kawasaki KX 80. Soll ich es nicht fehlen? Und dann Popo? Ja. Die ist gar nicht so schlecht. Aber die verkaufe ich nächste Woche. Unter? Hm? Unter? Was? Wo drunter verkaufst du sie? Mobile oder Ebay? Das überlege ich mir. Das ist wahrscheinlich mobile.de. Okay Leute, habt ihr gehört. Bei Mobile könnt ihr sie suchen. Ebay. Nee, Ebay. Ebay und Mobile. Müsst ihr suchen. Ja? Ja? Gut. Merkt euch die Seite. Die Filme, die Fotos stellen wir rin. Von der Seite so ungefähr. So, so. Gut, ich drehe jetzt noch ein paar Donuts hier. Ich glaube, der fühlt sich wohl mit 30 PS unterm Arsch. Wenn du ein bisschen den Haaren zu weit aufgemacht hast, war Manu? Ja? 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 Alter der war so schön geil. Ja. Jetzt hätte er böse enden können. Alter, war der geil! Hhhh. Huh. Wuhu. Ja.